Aufgabe 10. Berechne, wenn möglich, das folgende Integral. Integral von x mal e hoch minus x dx in den Grenzen von 0 bis unendlich. Fancy. Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Das ist offensichtlich wieder ein uneigentliches Integral, denn es existiert keine obere Grenze. Wir müssten hier unendlich einsetzen, es geht aber nicht. Demzufolge wenden wir die vier Steps an, die wir brauchen, um uneigentliche Integrale zu berechnen. Wir starten mit Step 1. Formuliere als Grenzwert. Wir setzen hier oben die Grenze b ein und lassen diese Grenze gegen unendlich laufen. Wir behandeln das hier also als eine Art Funktion, das ist eine Integralfunktion. Und schauen uns davon den Limes an. Beziehungsweise wir überlegen uns, was passiert mit diesem bestimmten Integral, wenn die obere Grenze immer größer und größer wird. So schreiben wir das auf, hier in Step 1. Step 2 ist jetzt wieder klassisch. Wir brauchen jetzt die Stammfunktion von x mal e hoch minus x. Und hier kommen wir um eine partielle Integration, nicht drumherum. Wir müssen das hier partiell integrieren. Tja, x benenne ich mit u von x. e hoch minus x benenne ich mit v' von x. u und v' das sind erstmal die beiden Benennungen, die ich hier vornehme. Dann leite ich u von x ab. x abgeleitet ist 1. e hoch minus x integriert ist minus e hoch minus x. Und naja, dann geht es weiter. Dann wende ich hier partielle Integration an. Das ist ja u mal v minus Integral von u' mal v dx. Das ist quasi hier in dieser Darstellung hier formuliert. Das ist u, das ist v, das ist u' und das ist v. u ist x. Wir bleiben einfach im Grenzwert. Wir setzen hier Klammern. u ist x. Dann kommt v ist minus e hoch minus x. Grenzen 0 und b lassen wir einfach bestehen. Dann kommt minus Integral von u', das ist 1. U' ist 1 mal v ist wieder minus e hoch minus x. u, v, u' v. Setzen wir einfach ein. Wenn wir die Vorarbeit in den Zeilen 6 und 7 gut gemacht haben, dann ist es sehr simpel, das hier einzusetzen. Wir müssen nur diese Darstellung kennen. Also wir müssen wissen, wie man partiell integriert. Okay. Als nächstes, ja, den ersten Summanden lasse ich hier bestehen. Dann werde ich hier minus mal minus rechnen. Es ziehe also die minus 1 hier raus aus dem Integral. Minus mal minus ist plus. Dann habe ich Integral von e hoch minus x dx in den Grenzen von 0 bis b. Das kann ich einfach integrieren, denn eine Stammfunktion von e hoch minus x ist minus e hoch minus x. Hier habe ich noch die beiden Faktoren getauscht. Nee, stimmt nicht. Ich habe nur das Minuszeichen nach vorne gezogen. Ist ein bisschen netter. Dann habe ich minus x mal e hoch minus x minus e hoch minus x. Jetzt habe ich mir noch erlaubt, minus e hoch minus x auszuklammern. Das ist im ersten Summanden verbunden mit x. Mit x. Und im zweiten Summanden verbunden mit einer 1. In den Grenzen von 0 bis b. Und jetzt kann ich in Step 3 die Differenz Großf von b minus Großf von a bilden. Tja, machen wir mal. Jetzt also zunächst b ein. Also habe ich dann minus e hoch minus b. Minus e hoch minus b mal b plus 1. b plus 1 minus. 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 Jetzt setze ich hier 0 ein. Habe ich e hoch oder minus e hoch minus 0 mal 0 plus 1. Minus e hoch 0. Minus 0 ist 0. Mal 0 plus 1. Soweit, so gut. Fassen wir noch ein bisschen weiter zusammen. Wir können hier das e hoch minus b. Da können wir das Vorzeichen ändern. Und e hoch b, also die Potenz in den Nenner ziehen. Haben wir hier gemacht. Und dann haben wir noch. Na ja, e hoch 0 ist 1. Also minus 1 mal 0 plus 1. Also mal 1. Minus 1 mal 1 ist minus 1. Minus minus 1 also. Jetzt können wir in Step 4 den Grenzwert berechnen. Da schauen wir uns erstmal hier die 1 an. Minus mal minus ist plus. Haben hier also plus 1. Kann ich aus dem Grenzwert rausziehen. Denn der 1 ist völlig egal, was mit b passiert. 1 ist hier quasi eine Konstante. Können wir aus dem Grenzwert rausziehen. Und dann haben wir noch minus b plus 1 durch e hoch b. Davon den Grenzwert für b gegen unendlich. Also was passiert, wenn b eine sehr, sehr große Zahl annimmt. Dann wird im Zähler die Zahl auch sehr, sehr groß. Im Nenner aber noch viel stärker, weil wir hier b im Exponenten haben. Das heißt, der Nenner ist hier dominanter. Der Nenner wird viel, viel schneller eine sehr, sehr große Zahl als der Zähler. Weil wir im Zähler eben nur mit 1 addieren oder nur 1 hinzuaddieren. Während wir im Nenner b im Exponenten haben. Also der Nenner ist hier dominanter. Wir teilen also eine große Zahl durch eine sehr, 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 sehr große Zahl. Der Grenzwert ist dann hier eben 0. Und 0 plus 1 ist 1. Also so viel Ärger hier für die 1. Naja, so sieht es halt aus. Wir haben zunächst das Integral als Grenzwert geschrieben. Haben dann die partielle Integration angewendet, um auf eine Stammfunktion zu kommen. Das war hier eine Stammfunktion. Dann haben wir den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung angewendet. Also hier diese Differenz hier bildet. Haben dann den Grenzwert letztlich hiervon noch erzeugt und kriegen am Ende 1 raus. Das uneigentliche Integral existiert also. Und es hat den Wert 1. Schön merken, das uneigentliche Integral ist ein Grenzwert. Wir sehen hier aufgetragen den Graphen der Funktion x mal e hoch minus x. Und wir interessieren uns für dieses blaue Flächenstück. Also für die Flächenbilanz zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse im Intervall von 0 bis b. Und b läuft jetzt maximal weit nach rechts. Was passiert dann mit dieser Flächenbilanz? Was passiert dann mit dem bestimmten Integral? Und das hat einen Grenzwert. Und der Grenzwert liegt bei 1. Das heißt, je weiter wir mit der rechten Grenze nach rechts laufen, desto näher wird dieses blaue Flächenstück an eine Flächeneinheit heranrücken. Beziehungsweise je größer der Zahlenwert für b wird, desto näher ist diese blaue Fläche an einer Flächeneinheit dran. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wir sehen hier dieses Kästchen. Das hat einen Flächeninhalt von einer Flächeneinheit. Wenn wir uns jetzt im Intervall von 0 bis 1 bewegen, dann ist das hier vielleicht, na was ist denn das? Vielleicht so eine Viertelflächeneinheit oder so. Im Intervall von 1 bis 2 haben wir hier eine dritte Flächeneinheit. Die würden wir jetzt zusammen addieren. Dann haben wir hier nochmal, naja, vielleicht eine fünfte Flächeneinheit, dann hier eine zehnte Flächeneinheit, eine zwanzigste Flächeneinheit und so weiter. Wenn wir uns also diese kleinen Intervalle anschauen, wir also immer wieder Flächenstücke hinzu addieren, die die gleiche Breite haben, dann werden diese Flächensegmente immer kleiner und kleiner. Wir addieren immer kleinere und kleinere Flächenanteile hinzu, sodass wir immer dichter, 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 dichter an eine Flächeneinheit rankommen. Und diese eine Flächeneinheit aber niemals überschreiten werden. Da gibt es einfach einen Grenzwert und der liegt hier bei 1. Das uneigentliche Integral existiert also und hat einen Wert von 1. So würde das hier aussehen. Das ist schon eine etwas anspruchsvollere Aufgabe gewesen. Da steckt viel drin, eine partielle Integration. Ich muss mit Grenzwertbetrachtung fit sein. Ich muss das alles irgendwie hinbekommen und ich darf mich nicht vertun bei den ganzen Klammern, Vorzeichen, e hoch x, e hoch minus x, minus, mal minus und so weiter. Da kann viel schief laufen. Aber umso besser ist das, wenn du das hinbekommst. Wenn du diese Aufgabe fehlerfrei lösen kannst, denke ich, dann sind uneigentliche Integrale vermutlich nicht mehr so schwer für dich. Zumindest in dem, was sich in der Schule erwarten wird. Wenn du noch ein paar weitere Aufgaben rechnen möchtest, ich verlinke dir nochmal die gesamte Playlist. Schau jederzeit rein, wenn du Bock hast, besser zu werden. Ich bin für dich da und ich möchte dich darin unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Tschau und tschüss. Dein Rick